Oh, ja, alle werden im Moment noch Chakra einstellen, Brunnen und wir kontrollen. Oh, was ist denn ein Chakra? Drei, ein, voll. Chakra ist eine neue Mechanik von Holy Kree. Also zum Marken, bitte. Alle? Auch Schokomüsli? Ja, ich... Ja, mhm. Hast du gerade wirst, also? Da ist ein Brunnen, ne? Jeder, den in dem Brunnen steht, soll den bitte klicken. Mein Chat soll komplett gespampt sein mit klick, klick, klick. Ja, er läuft einfach bis zu den Scheißdingern. Vorsicht, Pistol. Ja, übrigens, er switcht auf die nächsten drei. Für Felix. Genauso wie am PTR. Wir machen es trotzdem weiterhin so. Der, der den hat, geht hin. Hin, hin, da, er bleibt wieder stehen, Jokko. Genau. Gut, genauso. Das den ganzen Pfeil, männern nicht. Und man hat irgendwann auch ne Rackphase. Die kommt wieder weiter jetzt. Hinten sind zwei DPS-Pfeiler. Ah, nee, das geht nicht doch. Setz dich einfach hin, Felix. Auch wenn du schon machst, dass der Mana hat. Also, das sind mindestens fünf Prozent, wenn du dich hinsetzt. Echt? Ja, klar. Hinsetzt mich. Auch im Kampf. Naja. Okay, weiter. Korrekt. Zum Glück. Mein Lichttyp, da, weiterer Damage. Kirstall. Kirstall. Wenn ihr euch unsicher seid, weil der direkt im Range Camp ist, ja? Dann geht's jetzt einfach alle rein. So, Kirstall ist immer noch da. Carion need bisschen mehr Heal. Ich muss grad schon Kirstall leider laufen. Okay, passt. Da hast du. Vielleicht schon wieder Blues-Phase. Da, Kirstall, weit weg. So. Lightwood steht immer noch da. Hymne ist an. Wo ist der Brunnen, wenn man ihn mal braucht? Ach, Mann. Bitte. Ich sehe ihn. Ach, da ist er. Ja, schön. Mehr Gutes brauche ich nicht. Wenn ich meine Trinkets-User hat er mir gewonnen. Links sind ganz viele. Rechts auch, also es ist überall welche. Hinsetzen. Ich kann auch wem anregen geben in der Phase. Ja, genau. Ich sag dann an, wenn du bei mir in der Nähe bist. Das war irgendwie ein bisschen Buggy. Weiter geht's. Weil die... Direkt durch den Säule. Dass die Säule durch. Hinstellen. Wegen Stamper, bitte. Ich zieh den mal ein bisschen runter. Und näher ran in das Blaue Camp hier. Nach der nächsten Blue Phase, Leute. Hinter den Tank. Die andere Seite. Gut kommen. Gut kommen. Gibt's denn hier wohl ungefähr 20% ab? Weil dann Rage kommt. 25%? Ja, das ist kein Idee eigentlich. Können wir machen, ja. 20% ab. Ja. Plötzlich aber aus mit der nächsten Blue Phase. Also von daher. Ja, mal sehen wir jetzt. Waren Potsdamer. Ich bin froh so, dass die jetzt gleich umkommt. Also ein Executor ist ja drin. Ja, da kommt's. So, dann wird... Ihr kriegt ihn in der Phase auf jeden Fall auch auf... Fahndlich, oder? Ich mach einfach mal einen Dopstopp, bis die ganze Phase hier vorbei ist. Nur sehr sicherheit wegen. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Das ist gerade Free DPS. Also... Alles klar. So, 1% noch. Darf der? Darf der nicht? Alles klar. Okay. Hinstellen. Richtig hinstellen. Wie am Anfang bitte beim Pool. Pass. Und hier rum? Der Grund steht gut. Die Tank kommen sogar dran. Ja. Ich bin auch Boss Holy Priest. Nennt man mich. Für eure Schule. Schwule. Schwule, Alter. Schwule, ich bin ganz schön. Ich glaube, ich. Ich verschule. Okay, links. Links hinsteigen. Gut. So, wir können von mir aus alle anders kasten. G.G. Und da liegt der Boss. Ja, schön Leute. Wird mich jemand oder dir gehst du alleine? Nice, nice. Du hörst. Von mir. Okay. Hey. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Second try. Was ist das für ne Center Station? Das finde ich mich auch gerne. Das ist schnell das gleichgepickige Punkten. Lol, ey. Turm, du Glocke. Du Glocke. Du anterior. Grippgiup. beingeggip.